Eine Tote und zwei Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver in Höchst im Odenwald. Audi-Sportwagen kracht frontal in Transporter. Angehörige pöbeln Einsatzkräfte an der Einsatzstelle massiv an. Hier ein Update zur ersten Polizeimeldung. Am 8.07.2022 ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B-426 zwischen Bräuberg und Höchst, bei der eine Person tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen, unter anderem Zeugenangaben vor Ort, befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus Michelstadt die B-426 mit seinem Audi aus Bräuberg kommend in Richtung Höchst. Ihm entgegen kam ein 44-jähriger Fahrer aus Höchst mit seinem Peugeot-Kastenwagen. In diesem Fahrzeug befanden sich zwei weitere weibliche Personen im Alter von 47 Jahren und 71 Jahren, ebenfalls beide aus Höchst. Nach ersten Erkenntnissen überholte das Audi-Cabrio mit überhöhter Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei übersah der PKW-Fahrer einen entgegenkommenden Transporter und prallte mit diesem frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Transporter in den Straßengraben geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Alle Fahrzeuginsassen, zwei im Transporter und eine im Audi-Cabrio wurden bei dem Unfall massiv eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus den Wracks geschnitten werden. Da alle drei Fahrzeuginsassen schwerst verletzt wurden, waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Da der Audi-Sportwagen zu einer Hochzeitsveranstaltung nicht weit weg vom Unfallort gehörte, bekamen einige Angehörige diesen Unfall mit und fuhren an die Unfallstelle. Vor Ort pöbelten diese die Einsatzkräfte massiv an, sodass die Polizei mit verstärkter Mannschaft eingreifen musste. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 426 für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch ein Gutachter war im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Da sich in der Mittelkonsole des Audi eine Dose mit einem alkoholischem Getränk befand, kann eine Trunkenheitsfahrt nicht ausgeschlossen werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung, Rettung der Verunglückten waren zahlreiche Rettungskräfte, Feuerwehren aus Höchst-, Breuberg- und Höchstwest- sowie zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B-426 komplett gesperrt werden. Screenshots von Keutz TV News, curated by Kugel